Hey Leute, ich bin der Martin und herzlich willkommen zurück zu Prelegant. Hallo. Juhu! Was ist das für ein Bursche? Wir haben noch 343 Münzen. Ich habe nämlich auch neue Spiele gekauft. So sieht das Team aus. Ich habe den Poetius gekauft und den Thomas Watschlig-Waglig. Wie sprichst du da überhaupt aus? Was klitsch? Ich frage mich im Fall schon mega lange nicht einmal den Stadion sprechen weiss es. Kann mir bitte etwas sagen, wie man das richtig ausspricht? Und eben den Poetius haben wir auch. Schaut mal, langsam wird sich das Team richtig gut anfangen zu verstehen. Ich danke euch für die ganzen Vorschläge. Interessant wäre so etwas zentrales, defensives Mittelfeld fürs nächste Mal. Aber genug Schnurrt, suchen wir einen Gegner. Hoffentlich haben wir wieder so einen Gegner wie letztes Mal, der machbar ist. Ich bin nervös. Find jemand! So, Gegner Nummer 1 ist gefunden. Sein Team. Okay, 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 okay. Wir schaffen das! Jodel Club Martin, los! 9 Minuten sind gespielt, Freistoß. Und ihr wisst ihr, Embole ist ein verdammter Freistoß-Künstler. Schau jetzt ins oberen, linken Ecke, den Zirkel rein. Komm Embole, mach ihn! Shutdown! Woah! Ich glaube, gegen den kann ich ruhig ein bisschen aggressiver spielen. Weil er macht ja nur so in seinem eigenen Feld irgendwas. Also eins ist schon mal klar, der Typ lässt sich ehrlich gesagt nicht so leicht abwimmeln. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir trotzdem werden den Match gewinnen. Es passiert nichts in diesem Spiel. Es ist einfach ein langweiliges Hin und Her. Hey, was macht denn das? Schau mal, das ist der langweiligste Spieler, das es gibt. Der dribbelt nur in seinem eigenen Drittel rum. Viertel. Halb. Dings. Wie heisst das im Fussball? Schau mal, das Game ist so scheisse langweilig. Der Typ macht nichts. Aber auch wirklich gar nichts. Nichts macht er! Einfach nur in seiner eigenen scheiss Platzhälfte rumtümpeln. Schööööön! Schöööön! Mach das Goal! Mach das Goal! Mach das Goal! Jawohl! Schau mal das Goal an. Ein wunderschöner Steilbass. Hammer verwertet vom Delgado. Also statistisch gesehen ist es scheinbar ziemlich ausgeglichen. Nein! Nein! Geht weg mit dem Scheiss! Hurensohn! Ball! Zweimal Pfosten! Hahahaha! 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 Dass der nicht rein ist, ist einfach nur noch absolutes Glück. Schööööön! So jetzt läuft Delgado! Oh! Hast du den gesehen? Der wäre fast durch gewesen. Spiel den passt doch richtig! Ja! Komm, 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 komm! Rein! Yes! Wer ist das gewesen? Scheiss egal! Schon wieder der Delgado! Verdammt nochmal! Du hast es sauber gemacht, oder? Goalie einfach stehen! Haha! 2-0! Jetzt läuft Breel! Lägt das! Nein! Das wäre so eine schöne Vorlage gewesen! Wer ist das? Delgado! Der Magnum! Der Magnum! Aber er kann skillen! Nein! Der lässt sich nicht austricksen! Der blöde Ficker! Der spielt wirklich verdammt gutes FIFA! Komm jetzt! Ich habe den Breel gesehen! Der läuft! Der läuft! Der läuft! Was für ein schöner First Touch! Oh! Komm, Breel! Verdammt! Ist das knapp gewesen! Da würde ich auch so schauen! Gehen drinnen! Gehen drinnen! Gehen drinnen! Was für ein verdammt geiles Goal! Und schau mal das an! Einfach schön abgestaut! Wuuuh! Schau es an! Schon wieder gewonnen! 500 Münzen! Bald können wir den Cash im Club rumschiessen! 6 Punkte in 2 Games! Das gibt es doch nicht! Wenn das so weitergeht, schaffen wir vielleicht den Titel! Gegner Nummer 2! Zeig dich! Okay, das Team ist nice! Komm, das schaffen wir jetzt! Jetzt holen wir gleich noch den 2. Sieg! Wie letztes Mal! Dann hat er vier Spiele am Stück gewonnen! Ich glaube, solange ich mich konzentriere, kommt das gut! Aber die dürfen mich einfach nicht aufregen! Ich sehe da deinen Laufen! Spiel irgendwie immer auf den Falsch! Der geht! Oh, was machst du? Hast du gesehen, wie der geflogen ist? Ich muss den dazu bringen, dass er sich aufregt und Fehler macht! Also, wirklich eine grosse Gefahr ist er nicht! Aber ich bin ehrlich gesagt auch nicht besser! Nein! Ja, 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 Mbola! Komm! Oh! Ich hasse es, wenn Leute gut verteidigen! Das ist so schwer, diesen Goal zu machen! Aber jetzt! Oh! Oh! Was wäre das für ein Topf geworden?! Irgendwie habe ich so das dumpfe Gefühl, dass das ein scheiss Game geben könnte! 0-0 zur Pause und ich bin statistisch gesehen nicht so gut dran! Wenigstens trifft du das Goal nicht! Ich muss jetzt einfach ein Goal machen! Ich muss ihn ein bisschen aus der Reserve locken! Alter! Was ist das für eine Verteidigung?! Weg mit dem Ball! Hey, der kann so gut verteidigen! Ich komme nicht an dem vorbei! Und der lässt mich jedes Mal hardcore stehen! OOOOOOOHHHHHHHHH! Ich glaube, solange ich mich konzentriere, kommt das gut! Aber der darf mich einfach nicht aufregen! Ich muss den dazu bringen, dass er sich aufregt und Fehler macht! Irgendwie habe ich so das dumpfe Gefühl, dass das ein scheiss Game geben könnte! Der lässt mich jedes Mal hardcore stehen! FINISH HIM! Scheisse, der Controller ist kaputt! Ich brauche einen neuen Controller! Fuck, 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 fuck! Schon wieder ein Controller-Kill! Das sollte mich nicht jedes Mal so aufregen! Was ist los?! Der Controller funktioniert nicht! Was ist los?! Rausen! Wieso geht der Controller nicht?! Ich kann nicht mehr steuern, schau, es geht einfach nicht! Verdammte Scheisse, was ist da los?! Jetzt geht's wieder, endlich! Und jetzt kriege ich eh gerade das 2-0! Ja, schau das an, verdammte Scheisse nochmal! Ja, das kann ich jetzt eh vergessen, das war von Anfang an besser! Ah, komm ey, das Spiel ist gelaufen, das kannst du vergessen! Jo, fuck! Da, schau, jetzt zeigt es immer in eine Richtung, man kann es gar nicht mehr flicken! Verdammte Scheisse, ey! Jo, ist gut, mein Traum davon, viermal am Stück zu gewinnen, wird scheinbar nie wahr werden! Wir müssen mindestens ein Unentschieden machen und noch ein Game gewinnen, um nicht abzusteigen! Ich habe 1220 Coins jetzt eh! Mal schauen, welche Spieler das ich mir kaufe! Die haben ja schon ein paar vorgeschlagen, aber vielleicht passen jetzt andere besser wieder! Wuhre Scheiss FIFA, das regt mich so auf! Aber auf alle Fälle, ich danke euch ganz hässlich fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder! Bis dann! Tschüss! Tschüss! Nein, tschüss Andrea! Tschüss! Zwei, eins! Ich warte durch! Messie, du hast mich gerade gerettet! Nein, nein, nein! Was machst du? Ah, schau da! Fust kannst du an! Nein! Was ist denn? Wow! Ich warte durch! Ich kicke die Arme, wenn er am Boden wird! Schüttel mir noch rein! Wow! Wieso bin ich super gelandet? Schau mal an dich! Nein, ich warte dumm! Ich wollte so wegpounzen!